Wenn man in dieser Zeit auf einen Kurier wartet, dann ist das meistens mit dem Zinscher Laborbericht. Das heißt, dann wäre es Lebenserfahrt. Da könnte auch ein schönes Malernsgeschick geben. Haben Sie schon mal auf einen Laborbericht gewartet? Ich nicht. Ich habe meine Frau. Und wie ist es ausgegangen? Schlecht. Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ich habe meine Frau. Vielen Dank. Vielen Dank.